Hallo, herzlich willkommen, Folge Nummer 6, Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge haben wir die ganzen Geldverleih-Missionen gemacht und die Schulden für Herr Strauss eingetrieben. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal. Ich weiß nicht, wie das klingt, aber ich bin ein klein wenig verschnupft. Das ist Herr Pearson, bei dem haben wir keine Aufgabe. Aber der Hosea, der sitzt hier so rum. Ich glaube, der hat was für uns. Ja, und da spricht uns auch schon an, dann gehen wir jetzt mal zum Hosea. Auf die Jagd gehen, ist schon super. Ich glaube, das ist schon sehr. Ich habe einen großen Hosea. Einer der größten, die ich noch nie gesehen habe. Ich denke, es ist ungefähr 1,000 lb. Mein Gott, aber du musst mich mit dir kommen? Natürlich. Wir gehen. Wo sind wir genau genau hin? Ja, genau so. Auf nahe der Dakota River. Vielleicht ein paar Tage oder zwei. Ich könnte mit einem Gehreisen von diesem Ort aus. Ich auch. Es ist ein schweres Wochenende. Du brauchst nichts? Ich glaube nicht so. Ich habe alles, was ich. Los geht's dann. So, du noch nicht verwendet Bodicea? Nein. Ich mag sie. Sie war ziemlich eine Hose. Diese Hose ist okay, aber es ist kein Bodicea. Ich habe mir gedacht, diese große Hose für einen Moment. Unruhlich. Wo hast du ihn? Ein großer, lautmauppier, hat versucht mich zu robben. So, ich... ...wenn du wie es ist. Ich sehe. Wir gehen ihn zu Valentine. Es ist auf die Weg. Es ist ein guter Dealer da. Unruh ihn, du kannst dir einen neuen Hose. Put deinem Sattel auf ihn. Wir gehen. Okay. Ich liebe diesen Hose. Es ist nichts mit zwei Hosen. Und die Stabler immer die besten Hose. So, das war... ...ohne dass ich es jetzt direkt wusste. Die Mission, die mir gefehlt hat. Jetzt kann ich nämlich den Sattel von meinem Pferd nehmen und den auf das neue draufpacken. Was macht der da bei... ...meinem... ...ungarischen, das ich geklaut habe? Nee. Wo ist denn das? Mein ungarisches Halbblut? Ich hoffe, das steht hier auch noch irgendwo. Ja. Was ist das? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, ich glaube jetzt. Just about. Das hat sich in einen langen Tag. Ja. Remember? Mac went crazy. Threaten zu killen die ganze Stadt. Und Davey war so cold so cold, ...we left ihn da. Er kam back in den nächsten Tag, ...und er wuchs, und er beginnt wieder zu drinken. Hehehe. Uh, ich will mich auf die Leute. Jenny, auch. Sie hatte ein paar Spiele, die Frau. Es muss ziemlich schwer auf Lenny. Man kann sich das, er war süß auf sie. Na ja, Lenny und Jenny können niemals funktionieren. Das ist wie Arthur und Martha, ... oder Bill und Phil. Hehehe. Ja, vielleicht bist du. Es fühlt sich ein bisschen wie ich, mit ihm zu. Nonsens. Wir werden alles gut. Wir brauchen nur ein paar Geld, um zurück in unsere Fälle zu kommen. Ich hoffe so. Hast du einen Weg, die Cornwall-Bards noch gefunden? Nicht noch. Sie sind noch sehr heiß. Wir müssen richtig sein. Ich habe ein paar Lieds, ich schaue. So, der Dialog ist fertig. Dann gucken wir uns mal eben das Pferd an. Das ist 3-2. Bisschen schlechter als das Ungarische. Er ist nicht so gut. Bisschen schlechter als das Bitter von dir, Arthur! Er ist okay. Er ist okay. Ich gehe nach der Generalstelle und habe ein paar Dinge, um das Bein zu spüren. Ich will dich wieder hier in ein bisschen. Hey, wie kann ich dir helfen? Ich bin in der Markt für ein neues Barsch. Einfach stark und schnell. Ja, du bist in den richtigen Ort. Ich habe ein paar Schönheit in den Moment. Ja. Und was ist das hier? Ja, du willst zu verkaufen? Ich zeige dir. Hast du die Bibel? Nein, keine Bibel. Natürlich, das wird das, was ich bezahlen kann. Aber dein Glück ist in. Ich habe ein Mann, der hat einen gewöhnlichen Werkzeug wie dieses Jahr. Er wird ein guter Preis. Insofern kann ich ihn hier für dich. Hier, schau mal. So, kleiner Spoiler. Das Pferd wird auf gar keinen Fall verkauft. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, diese schwarze Shire Horse im Spiel zu bekommen. Von daher stallen wir das erstmal. Ich kaufe auch nichts von denen hier. Hier ist das Problem, das kann man kaufen. Aber weil das gratis ist, kann man es nicht mehr verkaufen. Und es wird dann für immer ein, ähm, ähm, Slot in den, äh, Stellenbarn sprechen. Von daher, wir müssen eins kaufen für die Mission. Von daher kaufen wir das hier. Ja. Ja, wir sind jetzt in der Mission, aber deswegen kann ich jetzt nicht wieder rein, aber hiernach werde ich dann das Feld wieder verkaufen. So, how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Hosea. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's a code, and he knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long. And you know it. Okay. I think we need to head right up here. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. That's the lake there. Good. We made it. Let's loop around the other side. I should really be heading back over the Great Plains, see about Sean. It's bounty hunters who've got him? So Trelawney says. Javier and Charles have gone with him to scope it out. Pretty dangerous going anywhere near Blackwater. Right, but if he's alive, we gotta try. Of course. Oh, and right, kurz eins abgeschlossen. Nur eben was essen für mein Dead Eye Kern. Mein Dead Eye wieder aufladen. So, was ich sagen wollte, auf jeden Fall werde ich dann das Pferd wieder verkaufen. Das, was hatten wir bisher? Dieses braune, das ist ein Kentucky Settler, glaube ich, auch verkaufen. Und dann hoffentlich ist das ungarische Halbblut noch da. So, dass ich dann das Halbblut und das Shire habe, ansonsten habe ich erstmal nur das Shire. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Dann füge das Räbblut, dann. Sie sind sehr lecker, auf einer Öffnung, wie dieser. Das ist gut, wie ich. Oh, oh... Oh, das... Hm. You want some of this? Nah, I'm fine. I don't like eating this late. Nope... Okay. After all that. All right, well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. He better be worth all this drama. Morning, Arthur. You ready? No, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track them, but we might need to lay bait to draw them out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. Tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. Starker Haupttierköder. Knopfwilliges Fisch für die Brombeere. And we're not for Rezepte. Yeah, then. Let's go. I was virtually weaned on Bearmeet. How are you getting on with that bait? Okay. I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Pack up and we'll get going. Let's get after him. Okay. Let's go. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the light? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not been around for a while, but... Well, things were looser back then. Truth is... There's never... What do you think about getting out of the light? I don't know... Wie viel Schuss haben wir denn hier drin in der Patrone? Das sehen wir jetzt natürlich nicht, oder? Wir sind sechs. Zwei. Acht. Dann nehmen wir die Volkanik. Anyway, für jetzt, wir versuchen uns ein Bärchen zu holen. Wir schauen nach dem Wasser hier, sehen wir, ob er sich schon wieder angeschaut hat. Whoa! Schauen wir die Tracks, Dung, Bones. Any sign of ihn. Oh, es sind Ballmarks hier, Jose. Die zweite Spur da hinten. Bei all diesen legendären Tieren gibt es immer drei Spuren und wenn man die dritte Spur hat, dann tauchen sie auf und da ist die dritte. Die Waffe ausrüsten. Noch mal Detail komplett voll machen. Wir haben ihn verloren, Arthur. Wir haben ihn verloren. Nun, was du denkst? Ich denke, wir haben ihn verbreitet. Entweder das, oder wir könnten hier ein Bait sein. Das könnte funktionieren. Was denkst du? Das ist ein Bait. Das ist ein Bait. Das ist gut. Wir lassen uns das Bait über da. Yeah. Bei den Bait über die Baits, das sieht gut aus. Oh, das ist ein Bait. Ich glaube, es ist gut. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Let's just take a look at that bait. Sure. Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Give me your hand here. Got your knife? Shit. Da kommt er. Easy. That's too close. Arthur! That's my dick. You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you, I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan, I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming or you're going to track that monster. Well. So, I could do it now, but I'm going to go first once in the Lager. And then we're going. Let's go then. Let's go then. Let's see if Dutch gives us any crap about disappearing like that. I don't need another. We got to be out there making money speech. We were just out scoping a lead. He doesn't need to know he's a big furry one. Well. Thanks, Arthur. I probably owe you one. Don't worry about it. I need to head out to Emerald Ranch soon. Look into something. See you later. Here is still a temporary one. That's what I'm going to say. Yeah. Very good. Yeah. Yeah. That's how you are going to go. Yeah. 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 Okay, Mize, look lively. Well, well, I can feel a real kind donation coming from this boy here. Why can't I shoot right here on anyone who isn't an O'Driscoll? Zack, zack, zack. Wir haben doch jetzt bestimmt wieder gutes Geld dabei, hoffentlich, oder? Okay. I'm still thinking tough. Ja, das ist noch nicht mein Hauptpferd, deswegen hab ich hier jetzt mal was nicht drauf. Ja! 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 Wird er zur Gestalt werden? So, genau. So, jetzt will ich den hier verkaufen. Hey, das hat man sich vorhin für 65 angeboten, jetzt noch für 5. So, jetzt gucken wir mal Tepne hier. Das ungarische Schallblut ist leicht besser als das Shire, aber wie gesagt, weil das einzigartig will ich das behalten. Der Tennessee Walker kann auch weg. Okay. Und dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal das ungarische Halbblut. Das ist jetzt unser Hauptpferd. Oh, was können wir hier für Settel? Das ist doch den hier, ne? Der ist drauf. Settel Taschen. Okay, das können wir uns alles noch nicht leisten, aber das gilt noch nicht für. So, jetzt haben wir schon mal die Pferde so ein bisschen klar gemacht und unser neues, was wir von Herrn Wobel, ja, bekommen haben, sozusagen. Jetzt haben wir hier noch eine Mission, das wäre eigentlich eine Idee, das für die nächste Folge zu machen, weil das ganz interessant ist. Und ich würde sagen, machen wir sogar. Dann machen wir unsere erste Fremdmission. Das ist jetzt mal eine etwas kürzere Folge, aber muss auch mal sein. Wir waren mit Hosea Jagen und haben etwas Relevantes bekommen, nämlich... Was ist das hier? Ja, Karte für legendäre Tiere. Mh, lesen. Ne. Vergrößern können wir es so ein bisschen. Ist jetzt nicht so ganz gut zu erkennen, vor allem weil die Tiere da anders angezeichnet sind, als die real hier im Spiel vorkommen. Aber wir können es, glaube ich, hier rüber sehen. Hoffe ich zumindest. Ne. Hier oben ist... Hier oben, glaube ich, war das, wo der Bär ist. Wir haben jetzt aktuell auch sonst keine legendären Tiere gefunden. Aber ich weiß, wo sie sind. Ich habe ja schon... Ich habe auch noch nicht alle gemacht, aber einen Großteil. Aber das werde ich dann in der Extra-Folge machen, wo wir dann auf die Jagd gehen nach den legendären Tieren. Weil das halt wichtig ist, da gibt es halt gute Boni für den Charakter, für die Pferde und so weiter. Ich habe soweit alles, dass ich mit der Mission starten kann und dann gehst du in der nächsten Folge direkt weiter mit der fremden Mission. Danke fürs Zuschauen und tschüss. 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 Tschüss.